Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den Irenge Markes Chartflash für Montag, den 12. Februar. Gut und im Chartflash beginnen wir am heutigen Montag zunächst mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart. Der S&P 500 befindet sich in einem starken Aufwärtstrend seit dem Verlaufstief hier Ende Oktober bei 4.105 Punkte. Es ging hier die Vormonate kräftig aufwärts, wobei wir auch den 10er EMA hier weitgehend verteidigen konnten. Es gab hier einige Rücksetzer, die dann aber bereits etwas unter dem 10er EMA wieder hochgekauft wurden. Der 50er EMA etwas darunter, der ja oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension dient, wurde nicht angelaufen. Es kam hier direkt zu einem weiteren Kursanstieg bei Kursrückgängen unter den 10er EMA. Im bisherigen Verlaufshoch erreichten wir am Freitag 5.031 Punkte. Der Aufwärtstrend ist also weiterhin klar intakt. Wir haben die Widerstandsmarke von 5.000 Punkten hier direkt überwunden und nehmen nun weiter Kurs auf die nächste Anlaufmarke bei 5.100 Punkten. Zu beachten ist auch für den S&P 500 die Saisonalität. Auch hier ist ungefähr ab Mitte Februar mit einem Kursrückgang, mit einer Korrektur zu rechnen. Als Indikator dient uns hier weiterhin der 10er EMA zunächst, solange der S&P 500 über dem 10er EMA notiert, der derzeit bei 4.954 Punkten verläuft, ist dann kurzfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er EMA, besonders im Bereich Mitte Februar, also Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche, dann könnte möglicherweise bereits die erwartete Korrektur begonnen haben, die ja nach dem langen Anstieg hier auch mehr als überfällig ist. Gut, und dann kommen wir zum Euro-Dollar im hier vorliegenden Wochenchart. Da bildet sich möglicherweise eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Wir werden sehen, ob diese noch bestätigt wird. Aktuell sieht es noch so aus. Wir sind hier bereits in der rechten Schulter unterwegs, nachdem wir die linke Schulter mit dem Verlaufshoch bei 1,109 Dollar sowie den Kopf mit dem Verlaufshoch bei 1,124 Dollar und die rechte Schulter hier mit dem Verlaufshoch bei 1,113 Dollar ausgebildet haben. Aktuell sind wir bereits unter die Marke von 1,080 Dollar gerutscht und befinden uns auch unter dem 50er EMA. Und nun kommt es darauf an, ob wir dann die Abwärtsdynamik hier im Euro-Dollar weiter bestätigen und Kurs nehmen auf die Unterstützung hier bei 1,050 Dollar. Gut, und dann machen wir weiter mit dem Tagesschart im Euro-Dollar. Da sehen wir, dass wir uns hier seit Wochen unter dem 10er EMA abwärts bewegen, was eben für sich dann auch ein Short-Signal ist. Solange wir unter dem 10er EMA dieser Hellblown-Linie bleiben, ist dann mit weiteren Abwärtsbewegungen zu rechnen. Erholungen sollten dann hier wie bereits zuvor etwas über dem 10er EMA auslaufen, bevor dann die Abwärtsbewegung erneut aufgenommen wird. Das nächste Anlaufziel wäre dann bei einem weiteren Kursrückgang das Verlaufstief hier bei 1,072 Dollar, welches dann dem übergeordneten Abwärtstrend folgend auch unterschritten werden sollte. Gut, und bei den Einzelaktien schauen wir uns die Aktie von Booking an, die sich hier seit dem Verlaufstief bei 2,733 Dollar Ende Oktober und dem Abprall hier am 200er EMA in einem Aufwärtstrend befindet. Wir sind hier auch über die Ichimoku-Wolke sowie den 50er und 10er EMA nach oben durchgebrochen. Es kam zudem zu einer politischen Überschneidung des 10er EMAs über den 50er EMA. Und weitere Stärke wird auch durch die Korrekturen angedeutet, die bereits hier leicht unter dem 10er EMA ausliefen. Zu stärkeren Korrekturen kam es also nicht. Und auch am Freitag sind wir hier im Tagestief direkt am 10er EMA gelandet, bevor es dann wieder aufwärts ging und wir dann hier am Freitag mit dieser bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen sind, was ebenfalls dann auf eher weiter steigende Kurse hindeutet. Es könnte sich also hier nach dem Abprall am 10er EMA am Freitag mit dieser starken Tageskerze vom Freitag eine Longposition anbieten, die dann etwas unter dem 10er EMA abgesichert werden sollte. Gut, dann werfen wir noch einen Blick auf die Fundamentaldaten von Booking auf der Seite von FastGraphs.com. Wir sehen hier, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist. Aktuell die faire Bewertung nach dem Earnings per Share Ratio befindet sich aktuell hier an dieser orangenen Linie. Also wir befinden uns hier im Kurs, diese schwarze Linie deutlich unter dieser orangenen Linie, womit dann eben eine Unterbewertung signalisiert wird. Und zudem ist zu beachten, dass hier in Zukunft von deutlich steigenden Kursen ausgegangen wird, was den Gewinn der Aktie angeht und dies sollte sich dann auch hoffentlich im steigenden Aktienkurs niederschlagen. Gut, und abschließend schauen wir uns noch die Saisonalität an für die Aktie von Booking. Die sollte hier Rückenwind erhalten, saisonal von Anfang Februar bis ungefähr Mitte Februar. Wir sind dann hier wahrscheinlich im Einklang unterwegs mit der Saisonalität der Gesamtmärkte, wo dann ab Mitte Februar ebenfalls mit einer Korrektur, mit einem Kursrückgang zu rechnen ist. Also ab Mitte Februar, das bedeutet Ende der neuen Handelswoche, ist dann eher mit Abgaben zu rechnen und Long-Positionen sollten dann in diesem Bereich enger abgesichert werden. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag. Ich melde mich dann am Morgen gegen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn sowie viel Erfolg im heutigen Training. Vielen Dank.